Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, Motorrad, Motorrad. Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Und dann könnte man sich ja mal was Neues überlegen. Was haltet ihr davon? Meine Oma wäscht die Haare mit Ketchup. Meine Oma wäscht die Haare mit Ketchup, mit Ketchup. Mit Ketchup, meine Oma wäscht die Haare mit Ketchup. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Vielleicht muss die Oma auch mal Zähne putzen, oder? Wie wär's denn mit Nutella? Meine Oma putzt die Zähne mit Nutella, mit Nutella, mit Nutella. Meine Oma putzt die Zähne mit Nutella. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Und wisst ihr was? Meine Oma muss auch unbedingt mal den Boden wischen. Und wisst ihr, was meine Oma nimmt? Sie nimmt Honig. Meine Oma wischt den Boden mit Honig. Mit Honig. Mit Honig. Meine Oma wischt den Boden mit Honig. Meine Oma ist eine ganz moderne Frau. Vielleicht fällt euch noch mehr ein. Dann können wir es beim nächsten Mal zusammen singen. Okay? Jetzt wird'suche ich gerade snip. Hier beide die Zähne. Damit ein bisschen unten in den Boden mit Honig.